Die Betroffenen waren und wurden zum Teil mit Werken des 19. Jahrhunderts. Hierbei konnten 121 gerahmte und 1285 ungerahmte Werke, darunter solche berühmter Meister, beschlagnahmt werden. Unter anderem Arbeiten, Öl, Tusche, Bleistift, Aquarell, Lithographien, sonstige Drucke von Künstlern wie Max Liebermann und anderen. Natürlich war es für mich sehr emotional, alle Arten zu sehen und zu erkennen, dass sie existieren, aber keinen Kommentar auf den Wert der Verhältnis. Untertitelung des ZDF, 2020